Und damit Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure. Wir machen dieses Mal mit Tails weiter, da wir das letzte Mal Sonic abgeschlossen haben. Hier komme ich, Sonic! Ich hoffe, das wird jetzt nicht absolut schrecklich. Alles funktioniert gut. Alle Systeme gehen voll mit der Fahrt vor. Oh-oh! Was ist das? No! Ich bin aus der Kontrolle. Mayday! Mayday! Ich bin runter. Da ist doch gar keiner. Die Stadt ist komplett leer. Fängt gut an. Fängt gut an. Du bist glücklich, dass ich dich runtergekommen habe. Also, was ist falsch? Es ist nicht so, dass du so fachst. Ja, nur dass ich ein neues Prototypen habe, und es ist noch nicht komplett kompatibel. Du kannst immer meine Flugzeuge, die Tornado, wenn du willst. Danke, Sonic. Wir gehen nach die Station, hoppen auf den Tornado und kommen dort in keinem Zeitpunkt. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, wie die Steuerung funktioniert mit dem. Okay, was ist das? Irgendwas mache ich gerade. Ich weiß nicht was. Ich kann ein Stück weit fliegen. Ich muss mich daran gewöhnen, dass das keine Homing Attack ist. Was ich vielleicht mal gerade erzählen kann. Ich habe vor kurzem den Fernseher, den ich hier stehen hatte, mal angeschlossen. Jetzt habe ich den als zweiten Monitor. Das heißt, ich kann jetzt auch sehen, dass Audacity neben mir läuft. Das ist ziemlich praktisch. Äh, wo müssen wir lang? Hier? Da. Da. Da ist es. Komm. SS Central Station. Ja, ist gut. Es fehlt eigentlich nur noch eine Capture-Karte, dann könnte ich sogar Spiele wie Sonic 06 aufnehmen. Da hätte ich irgendwie auch voll Lust drauf, was ich eigentlich nicht ganz verstehe, weil Sonic 06 frei für dich zu spielen. Das kann eigentlich schon als selbstverletzendes Verhalten zählen. Oh, gut. Wenn es nicht Sonic und Tails... Es ist Eggman! Pilot! Ich bin Dr. Robotnik! Ich bin Dr. Robotnik! Ich bin Dr. Robotnik! Ich bin Dr. Robotnik! Ja, richtig, Dr. Eggman! Enough! Ich habe schon gearbeitet in einem Masterplan, aber jetzt ist es Zeit, um es zu arbeiten! Das bedeutet, Probleme zu kommen von dir. Ich habe auch noch nie versucht, dass du hier eine Chance dafür, wenn du mir die Chance Ganze hast. Wfe Bri, die Chaos-Embrow oder noch nicht... Oder noch nicht was, hm? Oder noch nicht ist es, ich will dir von dir, dass du schwer hast. Noch keine fünf Minuten, es ist schon der erste Boss. Es ist super. Was kann ich denn machen? Was soll ich machen? Wie funktioniert das jetzt? Einfach nur dranfliegen? Wow, unsichtbare Bände. Alle Systeme, voll Kraft! du bist sowas von tot jetzt diese handposition sieht nicht besonders gesund aus aber okay was auch immer du tust ist mir egal warum holst du jetzt den emerald raus hey he snagged it chaos could use a little snap who is chaos that's the monster i saw the other day monster yes 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 it's really happening just stone let's set it wood ha 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 hear this sonic chaos strength increases every time i give him a chaos emerald all he needs is seven emeralds to become invincible and he will turn station square into rubble upon which i will build the ultimate city robot ha 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 you ready chaos let's go come on go thank goodness they're gone good riddance we can't let that monster get any bigger it could get ugly you're right chaos must be stopped and he can be if we keep him away from more emeralds right okay so what do you say sonic let's find the chaos emeralds before eggman does also die geschichte ist ja bei allen charakteren dieselbe aber ich hoffe jetzt dass ich mich mit noch einem charakter eggbevern besiegen muss weil das vieh das ist offiziell meine nemesis tut mir leid nein das wird nicht passieren wenn doch dann schlage ich sega so hier ach hier ist wieder der windstone aber wie hebe ich den auf mit steuerung nimm ihn dir äh wo war das also die levels sind glaube ich auch die gleichen aber man muss irgendwie glaube ich vor sonic das ziel erreichen was mit tails irgendwie schon ein bisschen es ist schon ein gegensatz in sich eigentlich aber gleichzeitig ist doch irgendwie jeder charakter hier so schnell wie sonic zumindest dann wenn der plot ist halt so braucht hier ja hier nicht nicht oder hier nicht nicht oder nicht nicht aber ist Sehr gut. Wieso hat Tails so einen Dreiergang nach links zu fliegen? Das ergibt keinen Sinn. Hey, hey, hey! Alter, kannst du vielleicht bitte darüber fliegen? Komm, schläger das Ding. Okay, es ist einfacher als ich dachte. Weil wir unter normalen Umständen einfach nicht mehr Sonic mithalten können. Wenn es so wäre, wäre ich sowieso enttäuscht. Und da kommt Sonic. Das war nicht zu schlecht. Das Training, der nach Station Square geht, wird bald departen. Weißt du, ich muss wieder nach Station Square? Oder war hier noch was? Ich sag jetzt nicht, dass das Casino-Level nochmal kommt mit Tails. Also, das wäre ein bisschen doof. Hallo. Hier läuft nur ein Fuchs an dir vorbei. Was hast du zu sagen? Wundervoll, will ich das? Da komme ich nicht hin mit Tails. Warte, ich bin in der falschen Gegend. Gibt es hier in der Ecke irgendwas für Tails? Warte, da geht's hoch. Jetzt will ich wissen, was da oben ist. Falls ich da überhaupt hin soll. Wow. Kamera? Kamera? Hallo? Hier, da hab ich irgendwas gesehen. Ich hab irgendwas bekommen. Schuhe? Schau, es ist dein Jet-Anklet. Seine Jet-Power macht dich schneller fliegen. Nice. Und denkt dran, Leute, nur Schuhe. Ich frag mich jetzt, ob das irgendwer verstehen wird. Ist ein kleiner Insider zwischen mir und ein paar Freunden im Moment. Gibt's hier im Hotel noch irgendwas? Naja, ich hab keine... Ich hab keinen Lightspeed-Dash mit Tails. Also ist das wahrscheinlich nicht das, was ich will. Da geht's zu Chao Garden. Da will ich auch nicht unbedingt hin. Da drüben muss ich auch nicht hin. Äh, muss ich nicht hier raus. Ich find's immer noch doof, sich hier zurechtzufinden. Warte, was ist hier? Ach, hier, genau. Hier ging's dann zum... Hier konnte man auch zum Casino-Viertel. Okay. Warte, was? Muss ich auch da reinfliegen, oder wie? Ah. Come on, Tails! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Sonic warte! Sonic warte! Sonic warte es nicht. Alter, kannst du vielleicht... Wo? Nein, geh da... geh da oben hin! See you later, Tails! Ja, Sonic hat zum Glück die gleichen Probleme wie ich. Kann das sein, dass so eine KI einfach nicht dafür gemacht ist? Ah, doch, jetzt ist er plötzlich da. See you later, Tails! Hooray! Häng doch nicht immerhin irgendwo rum. All right, Tails! Nice! Das ging doch sogar noch. Das ging doch wieder. Das Chaos Emerald. Geh' weg von da! Ah! Nighty Night. Hahahaha what's happened to the Chaos Emerald Eggman got one of them, but the other one's safe! he must be getting desperate Now the Emerald Count is 2-1, and Eggman's winning!